Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es heute um folgende Frage. Kann Tagträumen philosophisch sein? Das ist ein Beitrag zum Potenzial nicht-intentionaler Vernunft. Der erste Schritt. Wir müssen uns anschauen, was die Unterscheidung zwischen intentional und nicht-intentional eigentlich bedeutet. Richten wir zunächst unsere Aufmerksamkeit intentional auf etwas, das wir identifizierend als etwas erkennen, also wiedererkennen zum Beispiel. Wir fragen uns, was ist das Ding eigentlich und erkennen es wieder als das und das. Kann nach einer Weile unsere Wahrnehmung auch weniger zielgerichtet werden, wie wenn wir müde oder etwa mit Fieber träumend aus dem Fenster schauen. Und das wäre dann nicht-intentional. Und Musik können wir auch entweder intentional hören, indem wir sie analysieren, oder nicht-intentional, indem wir in der Musik aufgehen. Das ist also die Grundunterscheidung, um die es hier geht. Um es noch etwas weiter zu erklären. Meist sind wir intentional auf die Welt gerichtet. Das heißt, wir haben Absichten, Vorhaben, Ziele. Und diese leiten unser Erkennen und Handeln. Sie leiten und formeln unseren theoretischen und praktischen Vernunftgebrauch. Wir fragen theoretisch, was ist das? Ja, dann richten wir uns intentional auf die Frage, ist das X oder ist das Y? Was kann man dazu sagen? Oder praktische Vernunft. Welche Dinge brauchen wir, um unser Vorhaben zu verwirklichen? Intentional wahrgenommen, bekommen die Dinge einen Stellenwert in unserem Leben. Ein Sinn für uns sind, als etwas zu erkennen, das zu etwas dienlich ist. Das wäre die praktische Intentionalität. Das Potenzial nunmehr eines nicht-intentionalen Vernunftgebrauchs. Das Staunen etwa über das Dasein der Dinge oder auch der Welt. Die Welt zeigt sich dann in einer Tiefe, die nur jenseits des intentionalen Sinns möglich ist. Denken wir an das Tagträumen oder den Blick aus dem Fenster, ohne uns auf etwas Spezielles zu richten. Dann können Augenblicke der Tiefe entstehen. Und die Frage ist jetzt, wie kann man das philosophisch rekonstruieren? Beispiele, drei an der Zahl, für den nicht-intentionalen Vernunftgebrauch. Das erste ist das Bewusstsein als Geschehen. Wenn wir uns beobachten in unserem Bewusstsein, in unseren Wahrnehmungen, dann haben wir schon wieder einen Gegenstand, nämlich unser Erkennen. Wenn wir aber unser Bewusstsein gleichsam miterleben, dann können wir es als Geschehen empfinden. Und das ist dann ein besonderer Gewinn. Um zum Ziel eines überintentionalen oder nicht-intentionalen Selbstbewusstseins zu gelangen, gehe ich, so sagt Hans von Kutscherer, ein theoretischer Philosoph, vom konkreten Akt einer Wahrnehmung aus, etwa davon, dass ich eine Rose sehe. Das ist der Akt A. Wenn ich nun auf diesen Akt der Wahrnehmung reflektiere, dann mache ich mir bewusst, dass ich die Rose sehe. Das ist der Akt A'. Thema dieser Reflexion ist also mein Sehen der Rose. Nicht mehr die Rose ist der intentionale Gegenstand, sondern mein Sehen der Rose. Reflektiere ich nun auf diese erste Reflexion, dann werde ich mir bewusst, dass ich mir meines Bewusstseins bewusst bin. Das ist der Akt A'. Sein Thema ist mein Bewusstsein meines Bewusstseins der Rose. All das ist ja in der theoretischen Philosophie wichtig. Dadurch kann schließlich ein nicht-intentionales Bewusstsein meines Bewusstseins entstehen, in welchem nämlich Denken und Sein zusammenfallen. Das bezeichne ich hier als Geschehen. Es gibt darin dann kein Subjekt mehr, ich beobachte, dass sich einem Gegenstand, der Rose oder meinem Bewusstsein, gegenüber sieht, der Abstand entfällt. Vielmehr wird mir gegenwärtig Bewusstsein als Selbstvollzug. Dann fallen Denken und Sein in Eins und deswegen bezeichne ich das als Geschehen. Das wäre jetzt tatsächlich die Frucht eines nicht-intentionalen Vernunftgebrauchs, sich selbst so zu erfahren. Ein zweites Beispiel, Natur und Selbstnatur sein, Leib sein, auch wiederum als Geschehen, als Prozess. Meist sind wir intentional auf Natur bezogen. Denken wir etwa an die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft oder an unsere Gärtnern oder auch, wenn wir einen Ausflug in das sogenannte Naherholungsgebiet machen, um uns zu entspannen. Dann sehen wir auf Natur in ihrer Zweckmäßigkeit. Doch dann können wir auch aufhören, irgendetwas zu intendieren. Daher die Intentionalität. Die kann zurücktreten. Wir können für Momente ganz aufgehend im Wahrnehmen und erfahren, zum Beispiel von Pflanzen, Tieren oder auch Orten in der Natur. Wir haben dann mitunter das Gefühl der Nähe, der Teilhabe oder des Gemeinsamen mit der Natur. Dass wir uns also schlicht als Teil der Natur und ihr Verwandt empfinden. In einem nicht-intentionalen Modus wird Natur jetzt ganz anders erfahren als vorher. Eher nämlich als Geschehen, das uns von unserer Leiblichkeit her, von unserem Natursein her schon längst bekannt ist. Nämlich diesseits sprachliche Aussagen bekannt und vertraut. Als eine Bewegung des Werdens, könnte man sagen. Sogar als etwas, das sich selbst zu offenbaren scheint, dass es aufgeht, so wie eine Blüte auch. Ohne freilich etwas Bestimmtes zu bedeuten. Also diese Form von Selbstnatursein ist eine Form des Naturerlebens, des Naturerfahrens, die ohne Bedeutungen, ohne Begriffe auskommt. Und ein drittes Beispiel für das Potenzial eines nicht-intentionalen Vernunftgebrauchs ist nun wiederum eher ethischer Natur. Ernst Tugend hat in seinem Buch Egozentrizität und Mystik davon gesprochen, wie wir von uns selbst frei werden können. Und das heißt, von unserer Intentionalität frei werden können. Er geht erst mal vom Spezifischen des menschlichen Wollens aus. Also die menschliche Egozentrizität. Das sind die Ich-Sager, das sind wir alle. Wir geraten durch unser Wollen, also durch unser reflektierendes Verhalten, in zusätzliche Verwundbarkeiten. Damit meint er so etwas wie die Trauer um unsere Endlichkeit, weil unser Wollen immer über unser Leben hinausgeht, auch über die jeweiligen Menschen, die jeweiligen Berufe, die wir haben, über das, was wir können, zum Beispiel Musikinstrumente. Wir würden gerne vielleicht noch viel mehr lernen. Das heißt, als Ich-Sagende, Wollende, Intentionale Menschen, Wesen, sind wir immer mit einer Verbundbarkeit konfrontiert, eben der Trauer um unsere Endlichkeit. Und da, sagt er, können wir auch eine zweite Reflexion machen, nämlich indem wir uns fragen, wie wir uns zu diesem Überschießenden Wollen verhalten können. Und da gibt es eben die spezifische Möglichkeit, dass wir als Ich-Sagende, Wollende uns sammeln können. Und er fragt, wie können wir von unserem Wollen zurücktreten, ohne dass das schon wieder auf etwas hingeschieht. Also, wie können wir wirklich nicht intentional zurücktreten von unserem Wollen? Wenn wir einfach sagen würden, jetzt machen wir statt der Aktivitäts-App oder Gesundheits-App die Meditations-App rein, dann wäre das ja wieder eine Intentionalität. Wir wären dann auf unseren eigenen Seelenfrieden oder auf unseren Seelenheil gerichtet. Und das gerade wäre ja kein wirkliches Zurücktreten von unserem Wollen. Wollen, aber darum geht es ihm. Hier drängt sich für uns das Wort Herzensgüte auf, schreibt Tugendheit. Es gehört wahrscheinlich zum Begriff der Herzensgüte, dass sie gegenüber allen gleich ist. Und da sehen wir erstmals einen wirklichen Schritt weg von unserem, ja, man könnte sagen, von unserer zwanghaften Intentionalität, von unserem Wollen. Und hier beginnen wir uns komplett zu öffnen, in einem ganz anderen Modus. Letzter Satz von Tugendheit. Haltung der nicht diskriminierenden und interesselosen Liebe, darum geht es ihm. Das ist explizit die Konsequenz aus dem Zurücktreten von sich. Hier haben wir also einen besonderen Fall von nichtintentionalem Vernunftgebrauch, in dem wir uns als wollende Wesen auch dazu verhalten können, zu diesem überschießenden Wollen und versuchen können, von ihm uns zu befreien. Die Take-Home-Message. Drei Beispiele für das Potenzial eines nichtintentionalen Vernunftgebrauchs wurden vorgestellt. Einmal das nichtintentionale Bewusstsein, das sich nicht mehr auf etwas richtet, sondern sich als Geschehen oder Selbstvollzug erfahren kann. Wir selbst sind dann ein Stück Geschehen. Dann die nichtintentionale Wahrnehmung, beispielsweise Natur draußen. Und hier können wir auch unser Selbstnatur sein, zusammen mit der Natur draußen als ein Geschehen erfahren. Und zwar qualitativ. Wir fragen uns dann, wie fühlt es sich an, Natur zu sein? Werdend und vergehend. Und das dritte Beispiel war nichtintentionalität als Versuch, von uns selbst frei zu werden. Das würde bedeuten, das eigene Wollen unserer Egozentrizität zu überwinden. Und das würde zur Konsequenz haben, dass wir uns radikal öffnen. Tugend hat spricht von Herzensgüte und von Liebe. Tagträumen, das war ein Beispiel für Nichtintentionalität. Und deswegen ist es philosophisch interessant. Kann Tagträumen philosophisch sein? Zum Potenzial nichtintentionaler Vernunft habe ich einiges erklärt. Und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.